Hörst du das? Die Fesselbombe ist jetzt scharf. Schaffst du es gleichzeitig zum Venn, um sie zu entschärfen? Geh und nimm deine Belohnung. Du hast sie dir verdient. Machen wir es noch etwas spannender. Töte sie, sonst geht die Bombe hoch. Dachtest du etwa das Spiel wäre schon vorbei? Wir fangen gerade erst an. Machen wir es noch. Tick-Tack, Tick-Tack. Die Zeit rennt dir davon. Du hast keine Chance. Tick-Tack! 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 Nicht übel. Vielleicht haben wir dich unterschätzt. Jetzt geheil dich und hol die neue Belohnung, bevor sie verschwindet. Ich bin nicht nur die Bühne, aber ich bin nicht nur die Bühne. Kein Spiel für Schwächlinge und Lahn-Herrscher. Bravo, du hast Potenzial, aber noch sind wir nicht fertig. Bist du, es wäre so, wenn du die Schmerzen einst? Vielleicht. Es bleiben viel Kiesel. Willst du deine Freiheit zurück? Ja. Dann erkämpfe sie dir. Kämpf! Kämpf! Du musst dich schon etwas mehr anstrengen. Oder gibst du lieber auf? Sieh mal einer an. Du hast es geschafft. Na dann renn weiter. Nur so kannst du überleben. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schaffst du es rechtzeitig zu nennen, um sie zu entschärfen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Machen wir es noch etwas spannender. Töte sie, sonst geht die Bombe hoch. Dachtest du etwa, das Spiel wäre schon vorbei? Wir fangen gerade erst an. Tick-Tack, Tick-Tack, die Zeit rennt dir davon. Du hast keine Chance. Tick-Tack, die Zeit rennt dir davon. Tick-Tack, die Zeit rennt ihr. Tick-Tack, die Zeit rennt ihr, wenn sie nicht in. Tick-Tack, die Zeit rennt ihr, wenn sie nicht aufhören. Tick-Tack. Ha, nicht übel. Vielleicht haben wir dich unterschätzt. Jetzt geheil dich und hole dir deine Belohnnummer vor sie verschwindet. Bravo, du hast Potenzial, aber noch sind wir nicht fertig. Dachtest du, es wäre so leicht? Es bleiben vier Kisten, aber nur drei haben einen Scheiter. Ich gebe dir ein paar Extrasekunden. Du wirst sie brauchen. Hältst du deine Freiheit zurück? Vielleicht verdienst du nicht zu leben, so lahm wie du bist. Nun muss ich schon etwas mehr anstrengen. Oder gehst du lieber auf? Sieh mal einer an. Du hast es geschafft. Na dann renn weiter. Nur so kannst du überleben. Du bist nicht. Oh, oh, oh. Oder ihr werdet alles sterben. Nicht übel, gar nicht übel. Aber du musst noch durch eine Menge Scheiße warten. Suchen und zerstören. Das Zeitlimit versteht sich inzwischen von selbst, oder? Das war's für mich. Gut gemacht. Und ich stehe zu meinem Wort. Du hast ja eine Belohnung verdient. Gut gemacht. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Siehst du das Loch da ganz oben an der Wand? Da müssen die Dinger hin. Und jetzt fang schon an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020